Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Leute, Folge 70 ist das hier und sie heißt Positiv Empowerment. Heute geht es darum, dass du auftankst in dieser Folge eine Menge Kraft, gute Laune und innere Stärke. Das ist mein Ziel, dass du rausgehst, wenn du das gehört hast und denkst, ich will die Welt erschaffen. Nein, ich will mich gut fühlen und ich kann alles schaffen, was ich auch nur schaffen möchte. Das ist heute mein Ziel und darüber sprechen wir gleich. Vorher gibt es wie immer eine kleine Unterbrechung für den Sponsor dieser Folge, das ist Brain Effect. Und ich habe die letzten Tage wieder so schlecht geschlafen. Ich war ernsthaft. Am Montag hatte ich ja Geburtstag, also gestern, ich nehme die Folge gerade am Dienstag auf, ich hatte gestern Geburtstag und ich war am Sonntagabend aufgeregt wie eine Zwölfjährige. Also mein inneres Alter ist offiziell zwölf. Und ich lag im Bett um halb eins, um eins, um halb zwei war ich immer noch wach. Und dann habe ich sleep genommen, ein paar Pumpstöße. In den Mund, es schmeckt so ein bisschen minzig und eine Viertelstunde später war ich selig eingeschlummert. Und es ist kein Schlafmittel, sondern es unterstützt einfach die körpereigene Melatoninausschüttung und mir hilft es phänomenal. Also check das aus, wenn du wie ich auch vor wichtigen Tagen, auf die du dich super freust, nicht schlafen kannst. Das würde helfen. Auch auf alles andere bekommst du 20 Prozent mit dem Code CILIA20. Und jetzt zur Folge. Erstmal möchte ich mal kurz sagen, ich habe die Folge vorbereitet, weil es ist der Geburtstagsmonat. Ihr wisst das schon, wer hier öfter schon zuhört. Und dies ist Folge 70. Und sie ist direkt die Folge nach meinem Geburtstag. Und ich bin Baujahr 70. Das ist doch, das habe ich nicht geplant. Das ist doch cool, oder? Finde ich das cool. Und was ich sagen will, ist, solche Dinge passieren, solche Synchronicitäten, solche Bestätigungen für deine Gedanken, für deinen Weg passieren, wenn du deinem Herzen folgst und dich auf den Weg machst. Und du hast schon eine Menge hierzu bekommen. Du hast schon gehört, wie du deine innere Stimme hörst. Du hast schon mitbekommen, wie du aufräumen kannst. Wieso ist es wichtig, unter deinem Sofa zu gucken. Du hast schon mitbekommen, wie du dich auf das Innere der Kandelonie konzentrierst, also auf dein wahres Selbst. Und über all das habe ich in der letzten Zeit viel gesprochen, weil das irgendwie mein Weg war. Und bevor ich mit dem Empowerment starte, möchte ich einmal ganz kurz den Moment nutzen, um mit dir durchzuatmen und das Leben ein bisschen anzulächeln. Vielleicht magst du mal kurz, wenn du kannst, die Augen schließen, einen Atemzug nehmen, tiefen Atemzug und ein kleines Grinsen um deine Mundwinkel entstehen lassen, während du an irgendetwas denkst, für das du gerade dankbar bist. Irgendeine Kleinigkeit gibt es 100 pro und vielleicht gibt es auch eine Großigkeit. Also denk an 1, 2, 3, 15 Sachen, keine Ahnung, für die du dankbar bist. Sieh das vor deinem inneren Auge, atme durch und denk ja. Okay, alles richtig gemacht. Und das ist einer der Schlüssel. Dankbarkeit ist einer der Schlüssel, in deine Kraft zu kommen, dich positiv zu empowern. Was heißt Empowerment? Empowerment heißt, dass du in deine Kraft kommst. Und mir hilft Dankbarkeit so. Und darum starten wir die Folge mit Dankbarkeit für gestern. Gestern bin ich 50 geworden. Und die Zahl ist für mich echt noch surreal. Nicht, weil ich ein Problem habe mit dem Älterwerden. Ich glaube fest daran, dass das ein Privileg ist. Und auf dem Blog gibt es die 50 Lektionen aus 50 Jahren. Ich will kein Jahr missen. Alle waren wichtig. Alle waren wertvoll. Alle waren toll. Und manche waren auch schwierig. Gehört dazu. Aber ich habe gestern so, so viele nette Menschen gehabt, die an mich gedacht haben, die mich überrascht haben, die mir Blumen geschickt haben, die mir freundliche Worte dagelassen haben, die für mich gesungen haben. Und Bluffballons habe ich gekriegt und 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 und. Es war wirklich ein traumhafter Tag. Und alle, die mir dazu was geschickt oder geschrieben haben oder irgendwie einfach nur einen Gruß dagelassen oder einen Kommentar auf Instagram. Ich danke euch echt so. Das bedeutet mir richtig viel. Und ich war zwischendurch immer mal reingeguckt und war einfach so richtig so, habe wie so eine positive Welle gefunden, die mich trägt. Und deshalb machen wir heute die Folge. Lass mich deine positive Welle sein. Weil wir alle haben eine positive Welle. Du kennst sie, wenn du an die Sachen denkst, für die du dankbar bist. Dann kannst du das richtig fühlen. Du kannst die Kraft fühlen, die das in dir macht. Und manchmal machen wir es uns aber auch selber kaputt. Und ich will eine kleine Anekdote erzählen, weil wir manchmal kriegen wir Feedback. Wir kriegen Feedback nicht immer geplant oder weil wir darum gebeten haben. Und es gibt den schönen Satz, Feedback ist ein Geschenk. Und das würde bedeuten, dass es immer so schön ist wie ein Geschenk auspacken. Was nicht stimmt. Die meisten Leute bekommen Feedback oder verstehen Feedback als was, wo sie kritisiert werden. Oder geben Feedback an jemanden, wenn sie was zu kritisieren haben. Prüf mal kurz für dich, wann du Feedback gibst und wann du welches bekommst. Und Leute, wir werden nicht besser, wenn wir kritisieren. Und wenn dich was richtig stört, dann ist es gut, das anzumelden. Aber du solltest 80 Prozent der Zeit die Sachen rückmelden, die du magst an den Leuten. Insbesondere den Leuten, die du liebst. Und du solltest dir selber ganz, ganz viel Positives, mindestens 80 Prozent positive Sachen sagen, für die du dir selber dankbar bist, die du an dir selber schätzt, die du gerne machst, die du am Leben liebst. All diese positive Welle willst du füttern und du willst 80 Prozent mindestens deines inneren Talks, sobald du bewusst darüber nachdenkst, darauf ändern. Und nicht dich jetzt fertig machen, weil du das noch nicht machst. Das ist nämlich das, was wir tun. Wir kriegen was gesagt, denken, oh ja, das stimmt. Und dann denken wir, oh, mache ich aber nicht. Kann ich nicht. Und das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist das Negative, was du nicht brauchst. Du willst durchatmen und sagen, ah, gute Idee. Ja, das mache ich jetzt. Ah, ich bin wirklich daran gut. Und ich kann das gut. Und ich mag das zu tun. Und ich bin dafür dankbar. Und, und, und. Und schwuppdiwupp ändert sich deine Energie. Und du kreierst diese positive Empowerment-Welle, die du brauchst für alles. Und hier mein Learning aus dem letzten Feedback, was ich bekomme. Ich habe ein Feedback bekommen zu einer Geschäftskooperation, die ich habe. Und zwar habe ich einen kleinen Fehler gemacht und eine Kleinigkeit vergessen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn sowas passiert. Das eine ist, dass wirklich was passiert ist. Also etwas wurde vergessen. Die zweite Sache ist, wie wird mir das gesagt und was ist die Folge davon? Das heißt, wenn Feedback kommt, guck dir einmal an, was ist denn auf der Sachebene los? Was ist der Inhalt? Stimmt da was dran? Und wie fühlt sich das für dich an? Wie ist dein, der Wert von deinen, von dem Rest von dir? Hat das einen großen Einfluss gehabt auf etwas, das Ergebnis verändert? Und dann schau dir an, wie steht der andere dazu? Welche Forderung hat der andere? Und dann guck, ob das für dich passt. Ich rat's dir so. Eine der Hauptthemen, wenn ich Leute berate im Businessbereich, ist, dass wir negatives Feedback überbewerten. Und zwar alle. Weil wir haben, entgegen denen uns das gefallen will. Das haben wir alle. Und ein bisschen haben wir das Gefühl, negatives Feedback bedroht uns auf irgendeine Art. Ist persönlich gemeint, ist es nie. Die Leute sagen meist was über sich, über ihre Vorlieben, vielleicht auch über ihren Job, über ihre Richtlinien, über ihre Lust, sich zu profilieren oder auch nicht zu profilieren. All das kannst du ablesen. Aber nur ein verschwindender Teil geht um dich. Und was wir tun können, um zu wachsen und um immer mehr diese positive Welle zu reiten, ist hinzugucken, ist sachlich was dran. Und dann gilt eine der Lektionen aus den 50 Lektionen in 50 Jahren. Und die ist, es gibt keine Fehler. Es gibt nur unerwünschte Ergebnisse. Und unerwünschte Ergebnisse sind etwas, was passiert ist, was du so nicht wolltest. Und du kannst dich fragen, wie kam das dazu? Und wenn du das klar hast, dann ändere das. Sorg dafür, dass es nicht nochmal passiert ist. Und sofort kannst du es ändern. Und du kriegst es aber raus aus diesem Persönlichen. Weil sobald du es persönlich nimmst, bist du unsicher. Und wenn du unsicher bist, bist du raus aus dem Empowerment. Und wenn du unsicher bist, läuft dein Selbstverteidigungsprogramm. Das heißt, du greifst entweder den anderen an oder dich oder noch schlimmer beides. Und das willst du nicht. Du willst also die Gründe für den Selbstangriff aufräumen unter deinem Sofa. Und du willst die positive Welle nehmen von dem, was ist. Und das tut gut, wenn du das machst. Also was immer dir gesagt wurde in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, sollte es was gegeben haben, was dich verunsichert hat, sodass es dir jetzt noch einfällt. Atme mit mir durch. Guck ganz sachlich, ganz sachlich von außen betrachtet. Gibt es da irgendeinen Punkt, wo du sagen kannst, jo, da ist doch ein Punkt dran. Und dann fragte ich, wie kam es denn dazu, dass ich das so gelöst habe? Was waren die Rahmenbedingungen? Und die Rahmenbedingungen sind, wie ging es dir? Warst du vielleicht in Zeitnot? Dann passiert oft viel Quatsch bei uns. Warst du nicht gut vorbereitet? Warst du irgendwie mit dir selber beschäftigt? Hast du irgendwas vorher persönlich genommen? Meistens ist es eine Sache des Zustandes oder der Unachtsamkeit, die uns zu unerwarteten Ergebnissen bringt. Sobald wir achtsam werden und bewusster, sind wir überlegter und klarer und handeln auch dementsprechend. Und dahin willst du zurückführen. Du willst nicht noch mehr von deinem Schutzprogramm hochfahren, wenn dein Feedback kommt, sondern du willst es sehen, wenn ich darüber nachdenke, über negatives Feedback, was ich mal bekommen habe, fällt mir das sofort ein. Frag dich, war da was dran, ganz sachlich, von außen? Ist da irgendein Punkt drin? Wenn ja, wie konnte es dazu kommen? Was war da los an diesem Tag bei mir, in dieser Phase meines Lebens? Ich kann sagen, in den Stressphasen meines Lebens, oh Gott, da habe ich ganz schön viel Quatsch gemacht. Damals, als meine erste Ehe gescheitert ist, in dieser Trennungsphase war ich echt überfordert und ich war manchmal so unfreundlich zu Leuten, oh weia. Und wenn sie dann gesagt haben, du bist aber unfreundlich, dann wusste ich, sie haben einen Punkt, auch wenn ich es vielleicht nicht sofort nehmen konnte und mich entschuldigen konnte. Aber es war klar, woran es lag, weil ich war einfach nicht ich selbst, weil ich so unter Stress war. Und dann vergib dir und sag, okay, und heute ist es anders und deshalb wird es mir nicht nochmal passieren. Aber wenn du nichts findest, wo du sagst, ja, da ist ein Punkt dran, dann lass es ziehen. Atme es weg. Und selbst wenn du dann einen Punkt hast und dich gefragt hast, woran lag es, dann kannst du es auch ziehen. Also kannst sagen, okay, das lerne ich da draus und danke. Und weg damit. Loslassen. Atmen, abschütteln, wegtanzen, weghüpfen, was auch immer. Lass nicht zu, dass die negativen Sätze aus deiner Erziehung oder von dir selber, aus deinem Kopf, auch meist alte Konditionierungen oder irgendein Feedback, was jemand gesagt hat, der vielleicht selber gerade nicht gut drauf war oder irgendein Thema hat, deine Welle, deine positive Welle zerstört. Das willst du nicht. Du willst reiten auf deiner Welle. Dies ist dein Leben. Und eine Delektion ist, es ist kein Testlauf. Also reitet die Welle deines Lebens. Nimm die Arme über den Kopf, streck dich, nimm einen tiefen Atemzug, fühl die Energie bis in die Fingerspitzen, lächle dir selbst zu, denke, das ist mein Leben. Dein Strahlen ist so wichtig für uns alle. Je glücklicher du bist, umso besser geht es deinem Umfeld. Und nur du bist du, wenn du zwischendurch Angst hast, dass es andere geben könnte, die besser sind als du oder die irgendwie es geschickter machen oder eleganter oder was auch immer. Nur du bist du. Ich nehme gerade die Yoga-Lehrer-Prüfungen ab von der Yoga-Lehrer-Ausbildung von der ersten. Die haben am Wochenende ihre schriftliche Prüfung. Also der Podcast kommt Freitag raus und Samstag gibt es die schriftliche Prüfung. Online leider, weil wir das lösen müssten ein bisschen durch die ganze Corona-Sache natürlich. Und bis dahin mussten sie alle, bis heute müssen sie alle ihre Prüfungsstunde zu uns geschickt haben per Video. Und ich gucke mir gerade all diese Stunden an. Ich mache nicht alle mit, weil sonst vielleicht, glaube ich, tot, 20 Stunden in irgendwie, weiß ich nicht, acht Tagen oder so. Das schaffe ich nicht. Aber ich mache so ein bisschen mit und schreibe vor allen Dingen und gucke, was sie machen. Und erst mal ist es so toll, wie unterschiedlich alle sind. Das ist so zauberhaft. Da sind 19 Videos gekommen und noch nicht alle da, glaube ich, aber 18, glaube ich jetzt oder 17. Naja, jedenfalls all diese Videos. Und sie sind alle so toll. Und einer hat gesagt in ihrem Video am Anfang, ja, sie macht eine knieschonende Stunde, weil sie am Anfang der Yoga-Lehrerausbildung sich verletzt hat am Knie. Und sie sind mir alle so ans Herz gewachsen. Und natürlich diese Frau auch. Wenn wir ein Jahr zusammen lernen, dann irgendwie kriegen wir ein Band miteinander, was mal intensiver, mal nicht so intensiv ist. Aber wir haben alle ein Band miteinander. Und sie hat gesagt, sie wollte, eigentlich hat sie sich die Yoga-Lehrerausbildung ganz anders vorgestellt. Und sie wollte so ganz elegantes Yoga machen und so ganz schön. Und dann kam diese Knieverletzung und sie musste so achtsam sein mit ihrem Knie. Und ihre Prüfungsstunde ist eine Kniestunde. Und die Stunde ist so echt und so klar, weil ich fühlen kann, wenn ich es angucke, dass sie das auch gefühlt hat, dass sie weiß, dass sie auf sich achten will und muss und darf. Und das wäre nie so gekommen, wenn alles anders gelaufen wäre. Lange Rede, kurzer Sinn, nur du bist du. Und was immer du denkst, was du gerade für Makel hast, ob die temporär sind, körperlich sind, ob du dich nicht so hübsch fühlst, wie du gerne wärst, nicht so schlau, nicht so was weiß ich. Lass es ziehen, atme durch. Lass auch das ziehen. Auch das hemmt deine positive Welle. Du bist du und nur du kannst dein Licht strahlen. Und nur du kannst, je mehr du dich traust, kannst du selber zu sein, umso mehr bist du das Geschenk, was du bist. Es ist wie, wenn du mit einer guten Freundin zusammen bist. Deshalb ist es so toll, mit guten Freundinnen zusammen zu sein. Man sieht sich und man kann so ganz man selber sein. Man muss nichts beschönigen und man kann einfach erzählen, was man liebt und was man gut ist. Man kann miteinander gibbeln und kennt das Wort, wie man gibbeln, so kichern. Und man kann miteinander ernst sein und man kann seine Sorgen erzählen. Und all das geht, weil man weiß, der andere hält den Raum für den Mensch, der Mensch, den du bist. Und du musst nicht eine Maske aufziehen. Du brauchst keine Angst haben vor irgendeiner Kritik, vor irgendeinem Feedback, weil du weißt, du bist akzeptiert und zwar im Ganzen. Und wenn du kannst, dann versuchst du nach und nach das Gefühl, was du bei diesen Freunden von dir hast, auszudehnen auf andere. Sodass du irgendwann bei jedem der Mensch bist, im Kern, der du bist. Macht das gerade Sinn für jemanden? Für mich macht das total Sinn. Weil letzten Endes, wir alle haben eine Entwicklung hinter uns. Und wir alle haben so unsere, was sagt man, es gibt so ein Lied mit Katy Perry, I Earned the Stripes. Also wir alle haben uns so unsere Streifen verdient auch und manchmal durch schwierige Zeiten. Und du willst deinen Weg gehen ohne den Schmerz, ohne Trotz, ohne was zu beweisen. Du willst deinen Weg gehen, einfach weil es so schön ist zu strahlen. Weil du strahlen möchtest bis in jeder Pore. Und weil du, ach, weil du kannst, also frag dich mal mit mir zusammen, was tut dir gut? Wenn du mir fünf Sachen nennen dürftest, die Sachen tun mir immer gut. Was sind das für Sachen? Was tut dir gut? Und vielleicht ist es Natur oder gut essen oder genug schlafen oder ein Leben Menschen festzudrücken. Ich weiß nicht was. Es sind meist die gleichen Sachen bei uns allen. Genug Bewegungen, irgendwie Körper, Geist, Seele, irgendwie für alle Ebenen was zu tun. Und find deine fünf Punkte und mach für die Platz. Echt. Mach Platz für die. Mach Platz für diese positive Welle, die entsteht, wenn du dich gut fühlst. Wenn du wie eine gute Laune Immunität kriegst gegen Kritik, gegen so müsste es sein, gegen Regeln, gegen all das, was dich manchmal klein macht oder dich in Zweifel bringt. Lass uns uns alle in der Freude treffen, in der Liebe treffen. Und die ist nur da, das können wir nur, wenn wir alle tun, was wir lieben, wenn wir alle uns freuen darüber, dass wir da sind, wenn wir alle Dankbarkeit praktizieren, wenn wir für uns sorgen. Und wer jetzt sagt, na ja, na ja, die hätte gut reden, macht doch ihren Podcast. Keine Ahnung, sagt das jemand etwa? Nee, ne? Aber also mal angenommen, so jemand würde sagen, du sagst selber, ich habe einen Job, der macht mir keinen Spaß. Mach trotzdem die Liste. Welche Sachen tun dir gut? Jetzt gerade. Und dann mach mal, unabhängig von deinem Job, mach dafür Platz und guck, was passiert, wenn du nicht nur funktionierst, sondern Selbstfürsorge zu deinem Projekt machst. Und es entsteht eine positive Welle, die reicht bis in den Job. Ich schwöre dir, egal ob du ihn liebst oder nicht liebst, ob du denkst, hier Selbstverwirklichung Deluxe oder ach du Schande. Und sei noch mal das gesagt, ich habe das in einem der letzten Podcasts schon gesagt, es hat mich so bewegt über die Kranken, über die Putzhilfen im Krankenhaus und wo manche halt, wie glücklich sind die und wie schnell werden die krank und sowas. Ich weiß, ich kriege die Studie gar nicht mehr zusammen, das ist in einem der letzten Podcasts. Und wo eine der Putzhilfen sagt, sie hilft, dass Menschen gesund werden. Und die sogar manchmal bei Komapatienten Bilder umhängt oder so, weil sie denkt, es hilft den Leuten gesund zu bleiben, gesund zu werden. Und das hat mich so bewegt, weil natürlich habe ich auch manchmal, wenn ich Abrechnungen mache oder irgendwas, bin ich so jammerig und sage so, ne, 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 will ich jetzt nicht und es ist alles so viel und meh, meh, meh. Und dann werde ich mich so in Meckerziege für einen kurzen Augenblick. Dabei liebe ich meinen Job. Ich liebe all das zu tun. Aber natürlich gibt es trotzdem Momente, wo ich denke so, boah, ne. Und mich zu erinnern, warum mache ich das eigentlich? Was ist meine Mission? All das ist Lebenszeit. Und wenn du es nicht schaffst, diesen Turn zu machen innerlich, dann mach eine Pause und tu was Gutes für dich. Mach was von dieser Liste dafür. Den kommt zurück auf die Welle. Du kannst nur auf dieser Welle surfen oder nicht. Und du willst surfen. Also, Positiv Empowerment geht so. Wenn du Feedback hast, was dir immer noch nachhängt oder welches bekommt, stell dir die Fragen. Ist da was dran? Wenn ja, wie konnte es dazu kommen? Und dann lass es ziehen. Sag okay, passiert mir nicht nochmal. Und wenn, willst du einen guten Grund geben? Und lass es ziehen. Es ist nur ein Moment von hunderttausend Millionen Momenten in deinem Leben. Und dann kehr zurück zu dem, was du bist. Und feier dich. Feier dich, wie du aussiehst. Feier Freiheit ist eine Zier, haben wir alle gelernt. Und das ist so ein Bullshit. Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage. Weil natürlich sollst du nicht denken, ich bin besser als alle anderen. Das ist Quatsch. Wir alle sind gut. Jeder ist gut. Und wenn du denkst, jemand hat etwas mehr als du, dann betrachte das und bemerke, dass du eine Sehnsucht hast, das zu haben. Und dass du eine Angst hast, nicht genug zu kriegen. Und dann bearbeite das. Räume und beginn, diese positive Welle zu deinem Ding zu machen. Bemerk es morgens. Wach auf. Regel dich, streck dich und lass den ersten Augenblick deines Morgens schon den schönsten sein. Denk, wofür bin ich dankbar. Denk, worauf freue ich mich heute. Eine Freundin hat immer gesagt, bin gespannt, was das Universum mir heute schenken wird. Und was ist das für ein gut? Dann guckst du den ganzen Tag nach Geschenken. Du hast eine gute Ausgangsposition. Und dann guck über den Tag hinein. Immer wieder, dass du was machst von den Dingen, die dir gut tun. Immer wieder. Tiefe Atemzüge, einen Schluck Wasser trinken, kurz bewegen, ein nettes Wort mit jemandem. Deine Produktivität wird umso höher sein, umso mehr du solche Dinge tust. Weil du in dem Moment, wo du arbeitest, kannst du sowieso nicht mehr als ungefähr 20 Minuten sagen, Studien konzentriert an der Sache arbeiten. Weil du umso mehr du da reintauchst, in dieses Gutfühl, umso mehr diese Welle von Flow, hat ein Forscher mal gesagt, der diesen unersprechlichen Namen hat. Ich vergesse immer, wie der ausgesprochen wird. Du willst diesen Flow haben, diesen Flow, wo du einfach tust, aus einer Freude heraus, die Zeit fliegt, während du tust. Und das willst du machen. Und wenn du das schaffst, in dem Moment, wo du das schaffst, fühlst du deine Wahrheit, fühlst die Freude in dir, die Liebe in dir. Wo die Yoga-Philosophie sagt, dass das deine Wahrheit ist. Und dein Strahlen ist so hell, dass wenn wir dich auf der Straße sehen, wir sehen können, wie von innen heraus alles nach außen strahlt. Und es ist Schmutzpups, egal ob deine Hose sitzt oder die Frisur gut ist. Sondern wir sehen dich und wir sehen, dass du du bist. Und dass du einzigartig bist und dass du strahlst. Und wenn du auf uns zukommen kannst, als wären wir deine besten Freunde, dann haben wir diese Barriere nicht zwischen uns. Und dann kann was Magisches, Wunderbares passieren. Und jeder von uns, wirklich jeder, hat dieses Licht in sich. Und es ist unsere Aufgabe, es scheinen zu lassen. Und egal wie alt wir sind und egal welche Träume du hast, es ist unsere Aufgabe, diesen Träumen zu folgen. Und zwar nicht, weil jetzt was fehlt. Jetzt ist alles schon perfekt. Sondern weil deine Träume da sind, um dir Ideen zu geben, in welche Richtung du gehen kannst. Sie sind wie Optionen in deiner Zukunft, die du wählen kannst. Also wähl die beste Option, die du haben kannst. Und reite auf der Welle von mir geht's gut. Nicht mir fehlt was. Reite auf der Welle von alles ist gute Energie. So. Also, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Frag dich mal, was feierst du an dir? Wenn du heute was feiern könntest, was feierst du an dir? Worüber freust du dich bei dir? Worüber bist du stolz? Was liebst du an deinem Leben? Was feierst du? Ich habe die Frage mir vorgestern gestellt, als ich noch 49 war. Blutjunge 49, Entschuldigung. Jetzt bin ich Blutjunge 50. Und, nee, wunderbare 50 bin ich. Ich will gar nicht Blutjung sein. Auf jeden Fall, als ich da am Sonntagabend saß, habe ich zurückgeblickt und habe gedacht, okay, was waren eigentlich die zehn Jahresschritte in meinem Leben? Und die ersten zehn waren laufen lernen, zur Grundschule gehen, lesen, schreiben lernen. Ich meine, die Krankheit meiner Mutter. Dann kamen zehn Jahre Teenie sein. Meine zweite Mutter kam in unser Leben. Mein Vater und ich haben eine Zeit allein gewohnt. Und ich habe irgendwann die ersten Freunde kamen, einen Amerika-Aufenthalt kam. Das war ganz aufregend. Und ich bin wiedergekommen aus Amerika mit ein paar Kilos mehr. Und dann kam ein großes Figurthema Unsicherheit, weil ich mich nicht so angenommen gefühlt habe damals. Und mich selber, glaube ich, am wenigsten selbst angenommen habe. Das war wahrscheinlich der Hauptpunkt. Mich nicht mehr wohl gefühlt habe in meinem Körper. Dann kamen die 20er, meine erste Ehe, meine zwei wunderbaren Kinder und die Magie, wenn man ein Baby auf dem Arm hält und sich diese Verantwortung, sich um ein kleines Wesen zu kümmern und zu hoffen, dass es nicht kaputt geht, weil man irgendwas so ein Tragisches vergessen hat. Was passiert übrigens bei allem? Egal, was wir machen. Wir machen ein Fehler. Aber heute sitzt mein ältester Sohn zum Beispiel gerade im Nachbarraum, während ich hier aufnehme. Und er ist 25 super Jahre alt. Und ich weiß noch, als der Kleine war, ich habe ihn gestillt und ich habe so ein Öko-Stillbuch gelesen. Hanni Lothrop, das Stillbuch, falls wir die Mütter hier mit ein bisschen älteren Kindern, werden das kennen. Und Hanni Lothrop hat sehr vehement darin beschrieben, dass wir halt Angebot und Nachfrage bei der selbstproduzierten nicht sich bestimmen, also nicht zufüttern sollte. Da habe ich mich natürlich als junge Mutter sklavisch dran gehalten. Ich habe sowieso damals schon immer Ratgeberliteratur geliebt und damals halt zum Thema Mutter sein. Und dann war ich bei meiner Kinderärztin damals und mein Sohn war erst wenige Wochen alt. Und sie hat damals, da musste man irgendwie so die ersten Wochen geht man so jede Woche, glaube ich. Und die wiegen die Kinder. Und er hatte irgendwie in einem Abstand von einer oder zwei Wochen gar nicht zugenommen und hat jeden Abend geschrien, immer von acht so bis Mitternacht. Und ich dachte schon, das wird ja ein Spaß hier. Unsere ganzen Sozialkontakte kamen zum Erliegen, wir beide mit den Nerven am Ende. Und dann hat meine Kinderärztin gesagt, ja, reicht denn die Milch? Und ich natürlich hier mein Hanni Lothrop Buch zitiert, ja natürlich und Angebot und Nachfrage und bla bla bla. Hab da meinen fachkundigen Salm der Kinderärztin erzählt. Die guckte mich nur an und sagte, okay, wenn das stimmt, dann hat ihr Kind ja keinen Hunger nach der letzten Mahlzeit abends. Ich schlage vor, sie stillen und dann bieten sie eine Flasche an. Und ich gebe ihnen so eine Probepackung mit. Und wenn er die nimmt und davon was trinkt, nur ein bisschen, dann wissen sie, er ist satt. Und wenn er die austrinkt, dann ist er nicht satt. So, da es hier um Fehler geht und um trotzdem zu strahlen, hat natürlich mein Sohn damals diese ganze Flasche ausgetrunken. Das heißt, und hat übrigens danach nicht mehr so schlimm geschrien. Das heißt, mein armes Kind hat ungefähr ein oder zwei Wochen lang vor Hunger geschrien. Glaube ich, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war er nicht richtig satt. Und ich habe mich geschämt an dem Abend und ich war so peinlich berührt. Und ich habe damals nicht die Tools gehabt wie heute und ich habe mich echt lange fertig gemacht dafür. Ich bin eine schlechte Mutter und ich bin so verantwortungslos und wie konnte ich nur. Und dieses habe ich der Hanni die Schuld gegeben, dieses blöde Buch. Die kann ja gar nichts dafür, die arme Autorin. Ich auf jeden Fall gefangen zwischen selbst fertig machen und andere fertig machen. Bis ich irgendwann dachte, das ist ja auch Quatsch. Ich bin total gestresst. Dabei ist mit meinem Kind jetzt alles okay. Ist ja aufgekommen. Ich habe eine gute Kinderärztin. Darum gibt es diese Sachen. Am Anfang, darum kommen Hebammen und man geht zu Kinderärzten, damit einem sowas gesagt wird. Und dann den Fehler ziehen lassen, tut gut. Und im letzten Endes unsere Fehler machen unterm Strich gar nicht so viel aus, weil nebenan sitzt ein Kind, was offensichtlich ja überlebt hat, meine Erziehung und meinen Großwerden. Und dann ein zweites kam und ich wusste das schon. Und ich habe es besser gemacht beim zweiten und anders. Und das war toll. So, kleiner Exkurs in Fehler. Zurück dann zu meinem Rückblick. Die 30er habe ich mich getrennt und habe Psychologie studiert und habe ein bisschen in Anführungszeichen Karriere gemacht. Projektleitungen und Führungskraft geworden und all sowas. Und gestudiert und mit den Jungs allein gewohnt und dann den Supermann kennengelernt. Und irgendwann haben wir geheiratet und dann kam Nummer drei. Und in den 40ern waren all diese Ausbildungen. Haben begonnen mit Yoga-Lehrer-Ausbildung, Coaching-Ausbildung. Das waren die letzten zehn Jahre erst. Und irgendwann habe ich begonnen zu bloggen. Ich glaube, vor acht Jahren oder so. Und vor einem Jahr mit dem Podcast, ein Jahr und ein paar Monate. Und das ist verrückt, wie Dinge sich entwickeln, wenn wir zulassen, dass eine Welle entsteht. Und zurück zu blicken und zu gucken, was feiere ich eigentlich, wenn ich morgen 50 werde? Also habe ich als Sonntag gedacht. Das hat wirklich gut getan. Und du brauchst nicht 50 werden. Mach das mal. Frag dich, was feiere ich? Mach mal einen Rückblick. Guck mal, wo es dich hingeführt hat, wo die Welle dich hingeführt hat. Und frag dich mal, in welchen Momenten fühltest du dich so richtig mega gut? Ich weiß das. Ich weiß, ich habe diese Coaching-Ausbildung gestartet und ich hatte die erste Einzeldiebe und ich dachte so, das ist so mein Ding. Das ist so mein Ding. Und ich weiß, dass ich in meiner ersten Yoga-Stunde vor meinem ersten Workshop war, vor ganz, ganz vielen Jahren. Und dachte, das ist so mein Ding. Und ich weiß, als ich in dem Studio war, wo ich die Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht habe, ich dachte, hier, bitte hier. Und ich weiß, dass ich, als ich die 300-Stunden-Ausbildung habe machen wollen, dass ich auch dachte, bei der Lehrerin will ich das machen. Und so entwickeln sich die Dinge, wenn wir die Welle fühlen. Und du kannst die Welle fühlen, wenn du mal zurückblickst. Bitte tu mir den Gefallen. Und dich fragst, heute und damals, wofür feierst du dich? Und was tut dir gut? Das sind meine zwei Fragen für dich. Diese Woche. Und ich hoffe, dass sie dir so viel Schwung und Kraft geben, dass du alles rockst, was du haben willst, was du machen willst, was du der Welt schenken willst, wofür du hier bist, was dich glücklich macht. Du hast den ganzen Kuchen verdient. Jede einzelne Erdbeere da drauf. Oder was immer auf deinem Kuchen liegt. Du hast alles verdient, das ganze Paket. Lass dir nichts anderes erzählen. Und wenn Feedback dich irgendwann mal tief getroffen hat, obwohl es nie so gemeint war, dass es dich tief treffen sollte. Es sollte ein Geschenk sein. Dann lern es loszulassen. Lass nicht zu, dass dich irgendwas aus deiner Vergangenheit klein hält. Und Achtung, ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Ich bin nach hunderten von Jahren, wo ich das hier angekündigt habe, möchte ich sagen, voller Stolz, das gratis Inner Peace Training ist online. Ich packe das in die Shownotes. Und du kannst dich anmelden. Es ist kostenlos. Und du kannst es immer wieder machen. So oft du willst, so lange du willst. Bitte teil das. Wenn du Leute kennst, die inneren Frieden brauchen, bitte teil das mit allen Leuten, die du kennst und denen das guttun kann. Es ist, ich habe das aufgenommen, weil mir die Erkenntnisse, die ich da teile, haben mein Leben verändert. Und die Meditation ist aus meinem Meditationsalbum. Und sie ist wunderschön. Und sie öffnet einen inneren Raum, der uns hilft, abzuwägen. Und der uns hilft, zurück auf diese Welle zu finden. Weil in dem Moment, wo du die Welle verlässt, merkst du es vielleicht nicht. Aber in dem Moment, wo du einen inneren Raum beginnst zu kultivieren über diese Meditation, kannst du zwischendurch durchatmen und reinsteigen. Und dann kannst du prüfen, wie es dir geht. Und dann kannst du neu wählen. Und kannst wieder auf die Welle gehen. Kannst sagen, okay, wie kann ich jetzt was tun, was mir gut tut? Wofür bin ich gerade dankbar? Worauf freue ich mich heute? Worauf habe ich gerade Bock? Was feiere ich an mir? Und du findest zurück dahin. Und das wünsche ich dir total. Und auch online ist das, siehst du, aber wenn du auf die Seite gehst, das ist gratis, ist das in der Peace Training. Und es gibt online noch das Shine Bright Meditationsalbum, wenn du Lust hast, mit mir zu meditieren. Florian, der den Podcast hier produziert, hat sechs wunderbare Musikstücke komponiert. Und die Meditation, die ich täglich mache, findest du dort. Und ich liebe sie sehr. Und ich hoffe, sie tun dir so gut wie mir. Und außerdem findest du, wenn du denkst, boah, Coachings sind ganz schön teuer und ich habe ganz schön viel aufzuräumen unter meinem Sofa, dann findest du das Glückstraining. Das Glückstraining kostet weniger als ein Coaching mit mir. Es ist noch diesen Monat quasi reduziert als Starterpreis sozusagen. Und das enthält die wichtigsten Lektionen zum Thema Glück von mir mit schriftlicher Zusammenfassung, mit Arbeitsblättern, wo du immer wieder hin zurückkehren kannst. Und es enthält vor allen Dingen drei Übungen, mit denen du negative Zustände loslassen kannst, die etwas verändern in dir. Die dir helfen zu trainieren, dass die negativen Emotionen dich nicht mehr überrollen wie eine Welle, sodass du immer wieder zurückkommst auf die positive Welle. Darum geht es mir immer wieder zurück dahin. Die ganzen Träger und all das kommt, dass du es aber willst lernen, aufzuräumen und am Sofa aufräumen. Das ist das Glückstraining. Und es hat eine Facebook-Gruppe, gibt es zum Glückstraining dazu, nur für die Leute, die dabei sind. Und dort gehe ich immer wieder live. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Probleme sich stellen, dann beantworte ich das dort. So, jetzt habe ich lang gequatscht, aber ich bin so aufgeregt, dass das endlich online ist. Wir sind seit Oktober dran und ich bin so happy. Und bitte schreibt mir, wie es euch gefällt, auch wenn euch was nicht gefällt. Ich habe gerade meine Einstellung ja zu Feedback gesagt, also freue mich drauf. Und jetzt wünsche ich dir eine fabelhafte Woche. Reite die Welle. Du hast es verdient, du bist es wert, du bist super und wunderbar. Und alles, was dich daran hindert, hell zu strahlen, räum das auf, vor allen Dingen in dir selber. Ganz viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Hey und pst, es gibt einen neuen Podcast von mir, der ursprünglich auf einer von mir geschaffenen Kursplattform nur zur Verfügung gestellt wurde. Er heißt Zurück zur Natur. Und ich beschreibe darin, wie ich ätherische Öle und Supplements nutze und was ich den Leuten, die das mit mir entdecken, rate. Wenn du also Lust hast, auf diesem Weg auch mir ein bisschen zuzuhören, dann findest du Zurück zur Natur überall da, wo du auch diesen Podcast findest. Viel Spaß beim Zuhören.